Die FDP, Partner in diesem Dreierbündnis, der sogenannten Fortschrittskoalition, galt ja viele Jahre, Jahrzehnte im Grunde als eine liberale Rechtsstaatspartei. Was bedeuten sozusagen Demokratiefördergesetz und dieser 13-Punkte-Plan von Frau Feser eigentlich für unsere liberale Demokratie? Die liberale Demokratie wird mir über diese Gesetze weitgehend ausgehebelt. Das ist die Konsequenz. Und mich persönlich wundert, dass die FDP, die sie eben ja mit Recht als eine eigentlich traditionelle Freiheitspartei apostrophiert haben, dass die FDP das alles in der Ampelkoalition mitmacht. Das wundert mich sehr. Es gibt einzelne FDP-Politiker, wie etwa Kubicki, der ja sehr deutlich sich auch kritisch geäußert hat, kann man nur unterstreichen und dankbar zur Kenntnis nehmen. Aber offenkundig der Wille, in dieser Ampelkoalition drin zu bleiben. Man könnte auch sagen, die Ministerposten zu behalten, ist offenkundig stärker. Das ist in Wahrheit nicht demokratisches Bewusstsein. Das ist schlicht und ergreifend politischer Opportunismus. Das ist die ? Das ist die ? Ja, das ist das?